Zweiter Handelstag in dieser Woche. Hallo und herzlich Willkommen zu unserem nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolframm von RealMoneyTrader.com und auch heute eine aktuelle Trading Chance. Wir sehen es schon, es ist Dienstag und das ruft den DAX Trade auf den Plan. Aber bevor wir uns dem widmen, noch ein kurzer Blick auf die rechtlichen Hinweise, die natürlich auch heute wie üblich gelten. Indizes Long zur Wochenmitte. Wir kennen das Prinzip, die beiden stärksten Tage, die beste Zwei-Tages-Kombination, um im Aktienmarkt, sowohl im US-Aktienmarkt als auch im DAX investiert zu sein, ist Dienstag, Mittwoch. Natürlich funktioniert das nicht immer, wir haben das auch schon oft erlebt. In manchen Wochen läuft das natürlich auch genau in die andere Richtung. Aber es geht nicht um Einzelfälle, sondern es muss immer darum gehen, wie verhalte ich mich am Markt am besten, um dauerhaft möglichst gut durchzukommen und die Potenziale auszureizen und die schlechten Phasen so gut es geht abzumildern bzw. zum Schiffen. Und da ist Dienstag, Mittwoch eben beständig die stärkste Zwei-Tages-Kombination und darauf handelt eben das System. In dem Fall wird ein Turbo Long gehandelt, HG1 VMF wird hier getradet von der HSBC. Einstieg Markets, Stop Loss 1 Euro und zeitbasierter Ausstieg Donnerstag früh. Ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Handelstag und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading. Macht's gut, ciao.